Dieses zur Miete angebotene 5 Zimmer Einfamilienhaus befindet sich in Amater Weimar. Das Haus verfügt über einen Balkon, sowie einen Parkplatz. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 350 m2 weist das Gebäude eine Wohnfläche von 146 m2 auf. Die monatliche Gesamtmiete des Objekts beläuft sich auf 1.000 Euro. Wohntraumimmobilien beantwortet gerne Ihre Fragen.